Bibel Widerspruch Nummer 68 Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen und fordert ihn auf ihm zu folgen. Wie hieß dieser Apostel? a. Matthäus, Matthäus Kapitel 9, Vers 9, b. Levi, Markus Kapitel 2, Vers 14 und Lukas Kapitel 5, Vers 27 Antwort Dieser Apostel hieß Levi Benalfaeus und wurde später Matthäus genannt. Von solchen Namensänderungen wird häufig im Neuen Testament berichtet, so zum Beispiel Saulus, Paulus, siehe Antwort zum Widerspruch 67